Auf Band, Junge! Auf Band, ja. Ja, jetzt könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wo er kommt auf Bandhaben. Na, wär ich schon so alt. Das ist geil, Johnny ist auf der Welt ein richtiger König, ey. Bin ich das? Bei jedem Spiel generell. Genau. Das ist genau so. Alles klar, oben in dem Flur sitzt Peter auf der Treppe. Was für oben? Oben, ganz links in dem Gebäude, wo man auf seinem Fenster sitzen kann. Und von hinten kam Hardy. Hardy ist ein kleiner Mongo-Lutscher. Ach, du hast den gekriegt, ich hab auch gerade auf den geschossen. Ja, sicher. Oh, kaum getroffen, ey. Die Kugeln gehen auch nicht durch das Wellblech durch. Was ist denn das für ein fetter Schalldämpfer? Ja, der ist so dick wie mein Pimmel, Junge. Und genau so lang. Im Moment, wenn du daneben stehst, ist der gar nicht so kurz. Ich wollte gerade sagen, weil Scheidern fassen in der Regel nicht wirklich so kurz. Deiner schon. Naja. Na Mama, die auch. Ah, die sagst du mir immer was an. Ja, ist... ich was? Achso, ich dachte, du hattest geschossen. Nein. Ich was? Genau. Pew, 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 pew. Boah, dich muss richtig scheiße furzen, ey. Furtst du auch? Boah, Alter. Ein richtiger Stinkerwetter. Was ist die denn? Oh. Ah, die sagst du mal an. Ja, bei B auf dem Spot. Nein, ey, man. Man. Der kommt von der anderen Seite aus. Oh, da ist er mein Ding ist reingelaufen. Oh. Oh, da bist du in mein Ding ist reingelaufen. Ja. Nein. Ach, da ist er hinten in der Ecke. Nein. Oh. Schade. Hey, wo, Dari? Hey, Tari. Hey, Tari hat mal einen lacher Jump gemacht, ja. Guck mal, kein Nix kann der, ey. Kein auch nix. Ja, guck mal, der trifft mich ja gar nicht, ey. Du warst der, der gejumpt ist? Ja, ich bin... Hadi ist doch da runtergespumpt Ach, schon davor Ach, Hadi Echt mal Mit deinem verkackt breiten Arschloch meinst du, könntest du ihn mit dem Mucken machen, ja? Ja, das gibt's doch gar nicht Ja, der Rechner ist halt nur so ein Schädling wie der, der davor sitzt, wa? Ganz rechts auf der Seite Scheiße, ich hab nur einer, mich der andere ist ganz außen an diesem Container da Ja, Alter Die Säule haben wir verloren, aber es ist noch nicht vorbei Yay, yay, yay Ja, sind alle Snoobs, können nix, hier haben wir jetzt den Vorsprung Wieso habe ich denn 25 Punkte mehr als die Fäder? Bei mir lang ich aber schneller Hast du einen Assist gemacht vielleicht? So, kann natürlich sein Wobei? Weil Hadi gerne Pimmel lutscht, dafür kriegst du 25 Punkte Ja, voll Geil, wa? Ja Viele beschützen Gar nix Mal einen geilen Move gesehen, Hadi I got the move, like Jagger Der ist in Richtung Alter, die sind beide Richtungen, ah, unter mir Da kam eine Granate geflogen Der ist irgendwo in der Mitte, oder so Ja, ja Aber das ist Bram, der kann nix Das ist ein klassiker Spieler Der ist tot Der kann von hinten, ey, was anderes kann der nämlich nicht Aber das ist nur ein drittklassiker Spieler Der drittklassige Spieler macht jetzt erst mal Peter platt Das bezweifle ich Ich frag mich aber trotzdem, warum ich bin bei mir am Längen Ich frag mich aber trotzdem, warum ich bin bei mir am Längen Ich frag mich aber trotzdem, warum ich bin bei mir am Längen Das ist ein Antenmach Wenn du die ganze Zeit da hochguckst, wo Hadi früher immer stand, da brüht ja auch nix Gerade Man wollte doch hinter dem Container verschwinden, ey, der kleine Bobby Suchen und zerstören Echt? Der Container hat mich mal wieder im Stich gelassen Das letzte Mal, dass ich mich darauf gelassen habe Machst du jetzt den Papagei, oder was? Ne, das geht hier nicht Ah, der kleine Lacker, ey Unten in dem rechten Gebäude drin Alter, Reflexe wie ne Bahnschiene Nein Am Arsch Am Arsch Am Arsch Und ich weiß, der war schon durch dein Bild durch, da hast du angefangen zu schießen Ja, wie schnell soll ich denn schießen? Ey, dann gar nicht, wenn er schon durch dein Bild durch ist Der Mongo ist halt da Ich weiß, dass Hadi schnell ist, weil er nix im Kopf hat Und dadurch ist er extrem leicht, aber das ist keine Ausrede Wollte was sagen, ey Kurz vorm Abheben Oh ja Weil wenn er mal schnell im Bett ist, hab ich gehört Wenn Hadi einer von der Fantastic Four wäre, wäre der Heliumman Wird er früh schlafen immer? Ja Und kurz schlafen Ah, lebt doch die Eier, Peter Was soll das denn? War ich nicht Oh Was hat war ich? Die sind Mitte, oben, links oben Nein, nein, nein Scheiße Der steht hinten bei dem Häuschen bei, äh, B Ähm Ja Der steht bei dem Häuschen bei B Peter No Alles cool Aber es ist noch nicht vorbei Bereit machen für die nächste Hast du ja Johnny's Monster Move gesehen am Ende? Das ist ja echt noch wie so ein Spagat, oder? Ja Boah Alter, der Band sieht ein richtig dicker bei mir an der Deckmärmarsch Und? Ah ne doch nicht So Da hat er sich bereits gelegt Suchen und zerstören Ziel neutralisieren Wir haben die Wande Oh Bramen, ey, das sieht nicht gut aus Wir müssen noch echt hier beide ne Schippe auf drauflegen Oh nice, die Sonate ist gut geflogen Äh, die waren hinten bei sich oben auf den Containern drauf Hm Hm Rob, H.D. ey Nein Alter, oh ne Scheiße, ich hab ja nicht, ich hab mir gar nicht ein bisschen so gepflexig aus Ich guck dir das mal ne halbe Stunde nach Ich dachte, der checkte das gar nicht Oh, guck dir das doch mal an, ey Weiß nicht, boah, ne Ey komm, ey, das ist so ne Noobwaffe, ey Ich mein, ich spiel ja selber damit Aber Das ist doch so ein Mungo-Game, dass die Waffe einfach nur sowas von overpowered ist, ey Haben das Noob oder was? Äh Wie schnell ich einfach tot war Ja, boah, das ist doch scheiße, das ist doch 200 Schüsse abgekriegt, mindestens Ja, ja, bla bla Mindestens, ja Oh, die sind hier im Haus drin Was? Ich bin im Haus Da außen, Richtung B Hey Da wurde gerade rumgeschossen Kann natürlich sein, dass die uns versucht haben, so anzuficken Ja? Anzuficken Oh, Hardy, was vernehmt? Oh, du Kerner-Blixer Hahaha Das ist aber traurig Scheiße Das ist aber traurig Bist du schön in die Kläge laufen? Ah, ja, ja Das tut weh Das ist natürlich doof Das gibt's nicht Boah, Peter, komm jetzt viel wenigstens, ey Aua Boah, das ist natürlich jetzt Megaschlecht Das ist auch geklettert für gerade Der Ende der Mission Du bist der Letzte Nein, da war Gut gemacht, Sirius Jaa Es tut mir leid, Jay, dass er gestorben ist, war meine Schuld Was sagst du? Warten? Bring dich an Ja, ist gut Für uns Was willst du? Machen die nicht mal Ziel Ne Ja, und da hat er im Zoom drin Ja, ja Ja, Hardy, nur weil du den kleinen Eier hast Da kann ich auch nichts für, ja Weil der Penis doch klein ist und dann noch kleiner Shame on me, ich habe weniger Punkte als Hardy Ja Ist ja richtig schlecht Ja, ja 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 Wie das denn? Bei deiner Mama Ja Machst du komische Geräusche? Ja Ja Ach, der war die auch noch Wo war der? Ja, sicher Wo läuft der denn mit seiner G18er Kimbo rum, ey? Ne, das ist die K40er Kimbo Ne, K40 ist das genau Boah Peter, ich weiß das wäre zu awesome gewesen Aber bald hätte ich den Rundenspann Loll Loll Sagt ja ein bisschen A-M-Bot mäßig aus wie ich ehrlich bin Ja, ich habe ja auch A-M-Bot drauf Alter mit den Waffen waren Ich bin ja der Entwickler von den A-M-Bots Ach das schon ey Loll Alles klar Jake Ich weiß das fehlt davon links kaum Ich kann ja auch Das wäre aber Warlag mäßig gewesen Na beides Ich habe ja auch Warlag Volles Paket Wenn man da bei Bram würde es Jay gesehen Sein Black Ops gezockt haben Jay ist das volle Paket Der hat volle Paket Oben Bei A Oh, tut mir leid Boah nice Jay Ich habe ja auch Warlag Aber auch die Fernkampfer für du nicht Ja stimmt Das war bei A Ein bisschen hier auch Vernünftiger spielen Kein Bock mehr auf die Scorpion Rotze Toll Jetzt muss ich alleine gehen die bei den Bobbys Mit dem roten Laserscheiß Ja wow und Hardy Der ist bei A Er ist bei A Nice one Kannst nicht mal ein liegendes Objekt treffen Ach hat dein Maul Der ist auch noch bei A Er ist an der Mitte Hey Hardy bist du echt scheiße oder Machst du das irgendwie Kannst du dich mal töten Wann bist du denn Ja endlich ey Der ist Ziemlich ein A und B gewesen War da richtig rumgelackt Achtung Die Ausrüstung wurde zerstört Nice Nice gemacht Hardy Krass Ach du hast von der Ausrüstung kaputt geschossen Ja sicher War natürlich nice Deswegen war ich so rechtsorientiert Weil ich wusste ja wo die stand Du bist doch ohne Ausrüstung zerstören Du bist doch ohne Ausrüstung zerstören Touché Ich war da noch ein bisschen kleiner Vaterassist Carmen Touché Wie geht das mit der Jäger Wie geht das mit der Jäger Wie geht das mit der Jäger Was? B D 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 Na, laut Stiftung Warentest hat Crunchchips die beste ist Crunchchips, ne Moment, nicht Crunchchips, Chips ist unser Haus drin, die beste Chipsart, was ist denn eure Lieblingschips? Beide A, Kesselchips. Kannst du dich nicht jedes Mal dahin bewegen? Kesselchips, du bist der Letzte. Nö! Alter, nice Hardy, danke. War ohne Spaß, war? Peter, wenn du Hardy nicht hättest, hätt ich dich schon so oft weggesnackt, das ist phänomenal. Ja. Schon wieder hat er dir die Eier gerettet. Wenn Hardy mich nicht hätte, dann würde der Beste aus dem Server fehlen. Ja, jetzt weiß ich, was los war. Ja, du bist nur der Beste auf dem Server, weil du Hardy hast. Ja. Komm, brav, wir sind ein gutes Team einfach. Ich will nach und sag, beide verkackte Mongos. Wenn das dein Synonym für ein gutes Team ist, dann ja. Alter, was war das denn für eine kranke Scheiße? Hast du gesehen? Alter, unten in der Mitte. Scheiße, er hat mich direkt über den Haufen geschossen. Ich hab mich gesehen, dass du verkackter Lackaböse, ja, das hab ich gesehen. Ich hab mich 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 gesehen. spannende musik dazu da habe ich dich da hochlaufen sehen war war eigentlich dumm war dumm von mir ne von mir das war also ich hab dich zwar gekillt aber das war eigentlich dumm mich doch in die gefahr zu begeben ich hätte einfach von unten hoch gucken sollen dann hätte ich wahrscheinlich mehr war es aber du lebst doch für die gefahr das ist doch dein zweiter vorname ich heiße dennis gefahr ich dachte immer ich heiße will im defo aber naja da war keiner ich glaube meine linke maus das ist kaputt ich hab dich nicht getroffen nein die 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 klicks so eine komedyserie bedenke der junge ist auf fernkampf gerade das heißt kann man doch vor allem die bombe fallen lassen ja so eine roh und auch fernkampf gerade vielleicht auch nicht mehr die erlangt aber mach die bombe fallen lassen ist echt ärgerlich kommt der jetzt nur dran sie auch nicht ich würde mich auch nicht umdrehen an johnny stelle da die ansage der ist hier oben in dem b-haus drin scheiße ich kommentare mit meinem wacken wo spartikram spartikram nach und auch ziel tolle hd mega skill OH richtiger 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 Regen ja das darf nicht wahr sein auf a-spot steht genau an den autos jetzt dahinter das kann echt nicht wahr sein mit verkackter lacker peter smith ist die bombe liegt auf was ich hab angst vor deiner komischen akkader rfb er hat ja jaja fest zu haben müssen ich hätte ich in namen aber nicht er eigentlich nicht aus das ist nicht getroffen nähe ich würde mich will auch zu viel leistung verbrauchen das stimmt Wir sind die Fakka-Konsolen nicht drauf eingestellt, die es heutzutage noch gibt. Playstation 2, sagst du? Zum Beispiel. Die Erstellung der Playstation 2 wurde in dieser Woche weltweit eingestellt. Wann das wirklich oder war das nur die GameStar-News? Ich hab dort auf verschiedenen Seiten gelesen. Willst du mich farsch, so verkackter Jude? Äh... Was? Nein! Äh... Pizza? Nein, der ist bei B. Da kommt der Ness. Da ist er übrigens immer. Wo ist denn der Ness hin? Ist nach Hause gegangen. Hm... Komm schon, Bram. Bis wieder. Oh, Snap Jane. Ja! Das kann... Das kann echt nicht wahr sein. Da hab ich nicht mal gezielt, ja, um richtig die Waffe auszunutzen. Ja, ey... Ja, vielleicht solltest du mal zählen, du kleiner Mongol. Ich lasse euch auch mal deine Mama in den Arschbumsen, damit das funktioniert. Das ist genauso wie gestern. Ich hab schon jetzt wieder die Fresse dick von dir. Ach komm, ey, du hast halt einfach einen schlechten Teampartner. Weißt du, nächste Runde spielst du mit Peter, mit mir zusammen und dann geht er wieder. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Oder hast du ein oder gesagt? Oder ich rush jetzt hier einfach nur. Das sind die Mongos. Bisschen B. B oben im Haus. Ich hab'n G. Ja, ich weiß, ich hab'n da hochgezogen gesehen. Alter, ey, da kommt der Nix. Keine Muni mehr. Lass mal kurz Auszeit machen, bitte. Oh Gott! Ja, Moment. Alles klar. Jetzt bin ich runtergesprungen, das hat auch... Rechts oder links? Rechts oder links? Links. Okay. Ich hab'n Wichser. Ja, ich hab... Ja, von mir aus gesehen, aber nicht. Voll geil. Pass auf jetzt. Ich hab'n keine Sicht genommen. Rechts oder links? LIX! Alles klar. Ich hab'n Schatten schon vorher gesehen. Ja, ja, okay, das kleine Muschi ist schon durchlöchert, ey. Boah, ja, ja, der gehört echt mal durchlöchert. Wutsche 815 ist auch schon ganz schnippein. Schnauze! Oh na, 12-9 ist auch nicht viel besser. Oh, doch eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Direkt ein bisschen möppelig. Möppelig. Mutzig. Los! Oh, da ist der Erste weg, der hat die Bombe fallen lassen. Ah, gerusht haben die. Das ist aber uncool. Ich glaub, da waren die sogar beide, weil einer hat noch so'n komisches Elektro-Ding da hingeworfen. Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und dann machen wir das Vibrator nennen. Achtung! Die Ausrüstung! Da ist also an meinen Elektro-Ding da reingelaufen. Ich hab' nicht mehr genau, wo ich dort platziert hab, muss ich ehrlich gestehen. Oh, what a runner that is. What a runner, bitch. Hat er sich hingelegt da vorne. Nein! Der ist schön abgelenkt, ey, den blöden Pisser. Ich hab' dich gesucht, du Homo. Homo-Hardy, ey. Ach, das war den, der da oben drauf war. Ja, Hardy, ey, Jay war unten. Der Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Es suchen mal zerstören. Den Deckel draufsetzen, sagst du? Die Schlinge zuziehen. Dich, Alter. Töte ihn, wenn er jetzt töltest, Hardy, dann kriegst du dafür Bonuspunkte. Wenn sie ihn jetzt töten. Hier oben. Einer. Ja, das ist Jay mit Map-Control auf jeden Fall. Das war ne Endrunde, Jay, was war das denn? Alter, ey, ich hab' keinen Bock mehr auf das Spiel. Die Runde. Ja. Scheiße. Oh, Mann. Tut mir leid, du Waben. Phänomenal, ey. Trotzdem, wir haben wir weg. Vielen Dank für den Zuschauen. Bis morgen.